So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder in der Kiesgrube, im Funkelzimmer, und jetzt kommt die Schnur Schraube los. Ich würde sagen, wir machen mal das Auto startklar und dann kommen wir in die Kiesgrube. Hier kommt wieder mein Halt rum. Dann machen wir das alles, was da oben ist. Dann machen wir noch eine Stücke greift. Akku anklemmer. Der Regler hat ja auch um hier Macke. Leider. Oh, ich bin auch gut drauf. Oh, ist das kalt fett. Das ist schon so geknickt. Dann haben wir auch noch zwei echten Gewaschungen. Dann haben wir den Gartenstoch abgespritzt. Dann haben wir noch zwei echten Gewaschungen. Dann haben wir den Gartenstoch und auch noch zwei. Dann haben wir den Gartenstoch und auch noch zwei. Dann haben wir noch mal eine Stücke. Dann sind wir hier auch. Dann gibt es hier auch mit ihr so. Keine Ahnung. Wir schauen mal auf die Sauna. Wir dürfen das hier auf der größten Rennung aufmachen. Das Auto sind jetzt. Einige schneller wie vor der. Megaspannend. Was ist jetzt der Akku vom Auto oder der Akku von meiner Kamera? GoPro schalten wir auch leeren. So, das Auto auf dem Boden. Koffer und Deckel zu. Das kleine Auto kriegst du, das große Auto. Das ist schon enormer Größenvermacht. So, ich hab den Kiesgrub rein. Halt doch, ich hab doch mal wieder auf die Hand gefallen. Hehehe Da muss man echt vorsichtig Gas geben, man kann schlechte Lenkgeistläge machen, dass ich gerade ausfahre. Das kleine Auto ist ja auch steinertauglich. Jetzt muss ich mal die Kamera angucken, ob die sieht aus. Ich glaube, da sieht man nichts mehr. Ja, da unten ist Wasser, Simon. Ich vermute jetzt mal, dass die Kamera gerade schon wieder so zu ist, dass man da wahrscheinlich nichts mehr sieht. Und da ist der Weg zur Kiesgrube, da war ja schon ein Erlebnis. Ja, aber der ist ja eh noch gar nichts mehr. Da muss ich irgendwann mal eine andere Getriebeübersetzung drauf machen. Ja, da ist schon ein Warte, Simon's Handstrahler? Ja. 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 Jetzt muss die Elektrik. Geht's unbedingt. Ah, guck mal, wie es den Räufig von der Uft bläht. Oh ja, die Kamera ist schon wieder komplett zu. Man sieht nicht, dass der vor einer Klasse war. Ja, also ich weiß gar nicht, dass es so viel Sinn macht, dass sie da die Co-Pro mit einem auf dem Gratto mitnehmen. In der meisten Zeit ist die Vora so dreckig. Ja. Ja. Jetzt muss ich gerade mal da runter gucken, ob das vielleicht eine Option wäre. Ja. Da runter. Zum Fahren. Oh nein, das ist so schnell, da komme ich glaube nicht mehr hoch. Und da ist es so näher am Wasser. Ja. So. Ja. Ja, fast so schnell wie mein Auto. Dann holen wir mein Auto nochmal her. Dann gucken wir mal, was die Kamera sagt. Ja, es ist nicht ganz so schmutzig wie vorher. Ja. 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 Ich glaube, das sieht gerne aus. Ich stehe da gerade drüber schon über den Hügel. Das könnt ihr auch ohne Probleme machen. Das Problem ist halt, wenn ich auf dem Dach bin, wird das nachher mein Gepäckchen kaputt. Die überlebt das, glaub ich nicht. Wenn ich... keine Ahnung, ich muss... Brennt ins Fenster. Jetzt muss ich öfter. Steiner Beschuss. Hat mich voll am kleinen Finger getroffen. Wenn das hätte ich zum Kalt wär. Simon, ist was? Hey! Akku! Das ist mein erster Akku leer. Ja. Ja, das wird halt noch den Hügel genommen, wie wenn das gar nichts wär. Aber... Ich weiß nicht. Wie wenn da irgendwo ein Steuer geklemmt wär. Ja. 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 Da kann ja keiner mal kurz kommen. Ich weiß nicht, dass ich Gras gelber muss und dann... Ja, also der Rehklo, der... Ich muss da... Da gibt es mein Mittelschiff, mein Mittelschiff manchmal. Man sieht, wenn vorne das Rad in der Luft ist, ist da sofort der Weife auch gebläht. Soll das Rad in der Luft ist, wenn es das Rad in der Luft ist, ist das so schön. Das war's für heute. Oh, irgendwas ist es gewesen, dass die Kamera, die hat es richtig nach hinten gebogen, aber ich wüsste nicht, wo das passiert ist. Und die Linse ist so schmutzig. Ja, es ist so schmutzig. Simon, bist du da hochgefahren? Da hast du ihn hochgelupft. Echt? Ich weiß nicht, ob man das kleine Auto bei mir auf der Kamera sieht. Und das kleine Ding ist scheinbar den Hügel hochkommen. Oh, das ist so kalt. Ja. Ja. Also das Alkohol dahinter muss man echt noch mal überlegen, weil ich glaub die Mäuste steht Boah, das war ja mal cool Was der alles mit dem Stabil ist, das ist einfach nicht auch so Jetzt bin ich schon unter dem Backel, gell? Ja, du hast Da spürt man ein bisschen die Masse, was dahinter ist Und jetzt Was der hat sich schon auf dem Backel ist oder was er auf dem Backel ist oder was der ist einfach so locker wie lustig oder wie lustig Boah, was ist da oben? Ist da ins leite Backelsee da oben? Oh Scheiße. Da oben da ist bestimmt alles so matschig, dass ich da jetzt eigentlich gar nicht unbedingt laufen will. Oh, es geht's. Oje, die halbe Kiesgruppe ist da schon wieder drin. Irgendwas. Boah. Den Lüfter reinklogen. Halt, ich muss das mal gefühlt. Hört mich. Ich versapfte, da habe ich noch voll Boden drin. Ich habe jetzt 5 Kilo Dreck in meinen Schuh. Die sind dreimal so schwer, wie sie normal sind. Boah. Mein Lüfter. Guck mal meine Schuhe ab. Hier ist ja jetzt geil. Aber das ist 5 Kilo Dreck dran. Guck mal. 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 Ich probiere mal den, der Regler ist auf der anderen Seite, den ein- und auszumschalter. Das war die Karo runternehmen. So wie es aussieht, muss ich die Karo jetzt mal runter machen, dass sie an die Akkus kommen. Dann kann man den Akku aus, damit man ihn abklemmen kann. Ich glaube, dass da schon ein Akku her ist. Das Kabel raus, da drinne ist natürlich alles bettschnass. Mal gucken, was er sagt. Hey, Johnny, ich bin gerade schon drüber losgefahren. Hier, hier vorne. Okay. Also Lenke drüber, aber der fährt nicht mehr. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Akkus leer sind. Hoffe ich mal. Jetzt ist natürlich mein Auto so weit weg und hier sind die Akkus dabei. Die Akkusnummer. Vielen Dank! Dann gucken wir mal. Dann sind wir mal frei. Ich beauf mal, wenn wir den Akkus nicht haben. Dann sind wir aufgelassen und dann musste wir runter. so und ich glaube ich muss jetzt mal fragen, oder ich laufe zum Auto und hole andere Akkus das ist die Frage was tun, ich laufe in der Hoffnung, dass ich mit den anderen Akkus nochmal fahren kann ein bisschen Motor zurück, das ist halt so ein Stück weit weg ich würde sagen, ich beende jetzt das Video an der Stelle und hole die Akkus aus, können wir die andere Akkus holen in der Hoffnung, dass ich mit den anderen Akkus weiterfahren kann dann wenn das Video gleich weitergeht, dann habe ich andere Akkus drin, ansonsten werde ich wahrscheinlich nochmal ein kurzes Video machen zur Verabschiedung aber wie geht es da zum Autolauf, die Akkus holen, das muss ich glaube jetzt nicht ein paar Video dokumentieren also, wir sehen uns gleich wieder also, von mir hast du das jetzt zu verabschieden also, ich habe jetzt meine Reservier Akkus Gold die machen wir jetzt mal ran und drückt mir mal die Daumen, dass das Auto fährt ich muss jetzt mal meine Steine aus dem Schuh holen, Alter Junge, meine Schuhe, die kann wegschmeißen die sind mal total verdickt wenn das Auto jetzt nämlich nicht fährt dann habe ich nämlich ein Problem weil, dann muss ich das da vortragen und muss mich dann schlau machen, wie ich das wieder zum Laufen kriege oje, aber die Akkus, die sind schon ein bisschen verloren da drin ihr seht es halt ihr seht halt Guide die Kamera geht soweit runter gucken können so so mein Spaziergang zum Auto habe ich auch parallel dann meine Kamera hat die Akkus gerade so so ich muss mich hier mal vorsicht sein bei und ich mit dem den 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 da den das heißt ich muss mein Auto nicht zurücktragen. Ich kann zurückfahren, aber ich fahre jetzt nicht mehr so aggressiv zurück. Aber ich werde jetzt vielleicht noch so die ein oder andere Pfütze mitnehmen, in der Hoffnung, dass das Auto ein bisschen sauber wird. So, vorne machen wir einen zu. Dann machen wir diagonal auf der anderen Seite einen zu. So viel Dreck drunter. Dann probieren wir mal von der andere. Schau, wird weniger Dreck drunter. Eher noch mehr. Aber irgendwas tun wir, dass mir das den Karo jetzt gleich runterläuft. Na ja, GoPro-Anschalter. Wenn die GoPro nicht mehr viel sieht. Und dann fahren wir Richtung Auto. Also ich könnte behaupten, dass er weniger Leistung hat, mit der eine kleine Reaktion. Da ist die Püte. Da ist die Püte. Da ist die Leidigung drückt. Power hat keine Leistung mehr. Ich glaube, das war jetzt doch ein bisschen zu viel Wasser. Simon, der ist Vollgas. Simon, der ist Vollgas. Da haben wir eine Elektronik gerade, der hat sich schon alles gemacht. Wenn ich mein Auto nicht tragen muss, dann hab ich schon drunter. Wenn ich mein Auto nicht tragen muss, dann hab ich schon drunter. Ja. 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 Keine Ahnung, wie tief das Wasser ist. Aber ich denke mal, sehr tief. Nicht, ne? Ich bin im Endeffekt zum Beispiel. Der hat einen Regler zu hoffen, oder? Oder was kann man da sein? Wir sehen hier Regler zu drehen. Vielleicht kann ich da hinbekommen. In der Vollgas. Nein. Genau. Wir sehen hier. Das ist immerhin eine Frage. Ja. Ja. Immerhin. Wo ist die Vorbereitung? Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Hier ist die Frage. Ja, komm mal. Ja, komm mal. Weißt du, diese Geschwindigkeit lässt sich das Auto echt sehr gut beherrschen. Wäre auch lustig, wenn das auf uns sagt. Und auf die Brunnen. Die Brunnen hat doch bestimmt ein Wasserditschwert hier weiter. Wo die Wasser geschlüpft werden. Also gut. Wenn wir nach einem das raus sind, klemm ich mal die Akkus ab. Der Jumps drauf, wo ich mach das vorher. Das wird ja auch nicht draufhalten. Jetzt hat er einen Klinge dran. Der Grasfahrt der Sonne kommt über den Hügelgräber dauer. So, jetzt mal mal die Klappe runter. Okay, der Regler, der blinkt auch wie verrückt. Kommieren wir mal aus zum Schalten. Das klingt immer noch. Die Leistung gibt da immer noch keine frei. Dann können wir mal den Akku abklemmen. Guckt hat er jetzt ein paar Mal. Gucken wir mal, was das macht. So, jetzt ist der blaue Leistung wieder frei. Ich weiß nicht, was da war. Dann nehmen wir mal. Was war der wieder? Der Akku absteckt. Der Akku sieht das gleich Aber ist schon schlecht drauf, oder? Das ist ein bisschen leichter als die gleiche. Oh nö, ich bin so dreckig. Oh nö, ich bin so dreckig. Ja, aber der ist halt, glaube ich, an der In-Drehzahl vom Motor. Deswegen fährt der jetzt aber nicht. Ja, jetzt fährt er wieder vielleicht. Ja, das ist ein Klimat. Feierabend. Vielleicht ist ihm die Kamera zu schwer. Ja, wahrscheinlich. Aber er schafft doch hin, wann er da rüber zu fahren. Ja, da rüber zu fahren. So, klemmen wir ihn ab. Ey! Langsam, langsam, langsam. Akkuabstecker, dass da nichts mehr passiert. Ich vermute mal, der Regler ist jetzt zu warm geworden. GoPro machen wir aus. Ja, die Kamera ging weg. Ich vermute jetzt mal, der Regler ist warm geworden. Aber ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich zu Nacht das Ganze Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es morgen wieder geht. Alles ganz normal. Die Akkus sind auch ein bisschen zu klein da rein. Aber die Akkus hätten sie auf jeden Fall gelohnt. Weil sonst hätte ich von ganz dahinter das Auto jetzt da her tragen müssen. Und da hätte jetzt echt gar keinen Bock drauf gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen. Wir seiten uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Tna, tschüss! Tna, tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020